Diese Fackel hat so kleine, hohle Bengalkörper dran. Die haben wir jetzt vorab schon an die ganzen Fackeln angebracht. Im Moment sind wir dabei, diese Zündschnur und so eine Arthesa-Band mit geschichteten Schwarzpulver drauf an jede Fackel anzubringen und zu verbinden. Und dann heißt es nachher ein Knöpfchen drücken und es geht los.